Von dem Müßiggange. Gleichwie wir sehen, dass ein ungebautes Land, wenn es fett und fruchtbar ist, tausenderlei Arten wilde und unnütze Kräuter hervorbringt und dass man dasselbe, wenn man es zwingen will, zu gewissen uns nutzbaren Samen gebrauchen und anwenden muss. Und gleichwie wir sehen, dass die Weiber zwar für sich Klumpen und Stücken ungestaltetes Fleisch hervorbringen, dass aber, wenn die Frucht wohlgestaltet und natürlich sein soll, der Mann etwas dazu beitragen muss. So ist es auch mit den Seelen beschaffen. Wenn man dieselben nicht mit einem gewissen Gegenstande beschäftigt, der sie in dem Zaume und Zwange hält, schweifen sie ganz ausgelassen in dem weiten Felde der Einbildungen herum. Ja, es ist keine Torheit und Schwärmerei, auf die sie nicht bei der gleichen heftigen Bewegung fallen sollten. Eine Seele, die kein gewisses Ziel hat, verirrt sich. Denn, wie man zu sagen pflegt, wer aller Wegen ist, ist nirgends. Als ich mich letztlich nach Hause begab und willens war, so viel mir möglich, auf weiter nichts zu denken, als wie ich die mir rückständige, kurze Lebenszeit in Ruhe und ganz für mich zubringen möchte, schien es mir, ich könnte meinem Geiste keinen größeren Gefallen tun, als wenn ich ihm verstattete, vollkommen müßig zu bleiben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich mit sich selbst zu begnügen. Ich glaubte auch, er würde dieses desto eher tun, weil er nunmehr gesetzter geworden und mehr zu seiner Reife gelangt ist. Allein, ich sehe, gleich wie, dass er gegenteils gleich einem entlaufenen Pferde hundertmal weiter herum schwärmt, als er eh dem getan hat. Er gebiert mir so viel Chimären und wunderliche Missgeburten, immer eine auf die andere, ohne Ordnung und ohne Wahl, dass ich, um derselben Ungereimtheit und Seltsamkeit bequem zu betrachten, angefangen habe, sie aufzuschreiben, in Hoffnung, denselben mit der Zeit selbst damit zu beschämen. Amen. Amen.